Niralamba Paschimottanasana ist eine Variation des sitzenden Vorwärtsbeuge, ohne die Hände einzusetzen, um dich weiter nach vorne zu ziehen. Kendra von Yoga Vidya Bad Meinberg zeigt dir, wie es geht. Ausgangsposition ist der Langsitz. Strecke die Beine nach vorne aus, drücke die Fersen nach vorne, ziehe die Zehen zu dir hin. Jetzt hebe die Arme hoch und dann beuge dich nach vorne und halte die Arme in der Luft. Und dann ist es Niralamba Paschimottanasana. Also ohne irgendetwas zu unterstützen, bist du in der Vorwärtsbeuge. Du hast eine intensive Dehnung der Rückseite des Körpers. Gleichzeitig werden bestimmte Muskeln genutzt, um deine Arme oben zu halten. Und diese Stellung ist eine Mischung aus Hingabe und Dynamik. Auf der einen Seite musst du loslassen, um hinein zu kommen. Auf der anderen Seite brauchst du Muskelkraft. Und zwar ist es Niralamba, also nicht unterstützt von den Armen, aber doch von Muskeln und einer gewissen Bewusstheit. Spannungszwixel chef